Das ist natürlich das Größte, was man in einer Sportlerkarriere eigentlich erreichen kann. Als ich als kleiner Junge angefangen habe Handball zu spielen, war das Ziel irgendwann mal Nationalspieler zu sein und das fühlt sich einfach gut an. Für den Nationalmannschaft zu spielen ist es eine sehr große Ehre. Man gibt alles, wenn die Hymne läuft, das ist ein sehr bewegender Moment und man freut sich immer wieder aufs Neue für Deutschland zu spielen. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich eine Einladung bekomme und bin auch sehr stolz für das Land zu spielen. Sehr viel. Ich freue mich auf spannende Spiele und auf zwei vor allen Dingen erfolgreiche Spiele. Es ist eine große Ehre für die Nationalmannschaft zu spielen, weil das einfach auch ein Zeichen ist, dass man gut im Verein arbeitet. Ehre und Stolz den Adler auf der Brust zu tragen. Unglaublich viel, weil es für den Handballer die größte Ehre ist. Spiele und Stolz den Adler auf der Brust zu tragen.